hey leute und willkommen zur nächsten folge von minecraft bad wars mit mir dem torben dem tobi und dem flory wir spielen heute auf der map empire größe 4x3 hallo ihr beiden schlavin hallo ach die map ist das ich denke mal das ist fort ups boah alter das war doch immer fort wird hier umbenannt nein das ist empire ich will ich habe einen neuen skin geh weg was leistest du eigentlich schon wieder fürs team hier ich prepare die season ja schön wir spielen gerade bad wars nur damit du es so weißt du kannst du noch mal mitspielen ja ja sag mal bescheid wenn man bei der anderen spiel ordentlich aber es wäre trotzdem schön wenn du dich nuscheln würdest weil das wäre cool also wenn du so ein bisschen mehr zeit zwischen den wörtern lässt also ich bin schon da okay ich kaufe mir jetzt ein schwert ja ich töte jetzt noch mal die roten die die gold haben sagt einer der andere ist aber leider schon weg aber dann hole ich mir erstmal gold ne bisschen gönnen muss ja auch da kommt einer hinter dir ne ja ist mir relativ egal hast du das gesehen ne aber weißt du ich gebe dir jetzt viel gold ja hier kommen die gelben leute das ist doof ich habe ich bekommen ja ich habe ich bekommen ja und du knackst den kill ich weiß was war das denn der roter ich komme nicht mehr klar bekommen noch einer ja ich sehe das wie viele wollen denn hier kommen leute grün ist doch da da sind wir vier minuten ja der grüne ist da ja das seid ihr idioten ich habe einen bogen ihr müsst den killen da ist auch noch ein blauer schießt ihn doch ab konnte ich nicht der kühler des todes okay ich hab den den habe ich alles gut aber hier war noch ein blauer nein 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 ja ich weiß ja auch wer die ganze zeit auf mich eingeschlagen hat ne ne ich hab den fuck was war das denn es kam ja der muss sich irgendwie an mir vorbeigelegt haben zehn milliarden leute ja aber wie viele kamen denken ohne spaß was war denn da los du war ja hier tobi hier ach so okay dann halt nicht ja warte ich komme ich wollte nur gold geben weil du ja eingesammelt hast wahrscheinlich ne hab ich leider nicht das war richtig krass ey aber echt oh tobi pass auf ich hab ein gold muss mich zeigen oh mann tauben rennt okay da kommt wieder einer hätte ich nicht gedacht lol der hat überlebt pass auf ja es leckt ich kann nichts machen ich schon wenig mehr aber ein bisschen mehr noch ich hab das ganze heißen eingesammelt fuck ja ich geb den ein schwert ich hab ihn ich hab ihn alter es kann doch nicht wahr sein ich hab ihn schon wieder ohne spaß jetzt mal was was wird das denn er hat dafür ne gute mauer gebaut alter es kann nicht wahr sein es kann einfach nicht wahr sein ich bin von grün ich bin von grün ohne mist jetzt nur weil er in unserem clan ist hat er kein recht ins offensack zu gehen what the f- nein ich bin einfach runter jetzt hab ich 99 ach mann echt ja ne ey wieso gehen einem immer elcher aufm sack okay das hat irgendwie nicht in den kontext gepasst aber doch das ne das war schon 5 stunden her dass der tobe das gesagt hat ja aber warum ist der weg mein eisen ist mach jetzt mein eisen mal kurz wie gesagt irgendwie hab ich bock ne treppe zu bauen aber irgendwie ist die mitte so hoch gar nicht funktioniert richtig Simon fängt so zwei Jahre vorher an ach komm ich geb mir doch nicht auf den Sack die zwei volle Krypten dahinten geh ich halt nicht ach Junge dafür mach ich dein drecksteam jetzt fertig komm her du mal der fucker oh ja nice Torben aber immer hast du den volle Krypten geholt immerhin etwas immerhin etwas er kommt schon wieder zu uns ne es kann nicht wahr sein er tötet mich alter Flo ist das dein ernst wo ist der der fällt viel schneller als ich wieso das denn alter 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 ohne spaß team grün irgendwann ist auch mal gut ja wieso geht der uns man muss jetzt nicht die ganze Zeit vor ach schon der kommt wieder ja weil die uns kennen ja aber warum macht man das dann doch doch der auch ich hab den eingeladen war ja noch nicht angenommen boah alter das macht echt keinen bock ohne spaß warum focussen die so ja ne es gibt noch drei andere teams es kommt ja zwei vor allem wieso können die sich nicht einfach mal kurz einen bogen dann wenigstens gönnen und uns ernsthaft niedermetzeln anstatt uns nur vom spiel zu stören ey ich bin seit lange nicht mehr in die mitte gekommen ja ich suche jetzt ich bin gerade in der mitte als tauben du bist da da kommt ein roter und ein gelber gelber hinterher ist das nein jetzt ist team grün wieder hier das kann doch nie wahr sein ich bin einfach auf den linken Pfeil gekommen ach das kann nicht sein ja ist aber echt so ne aber guck es kommt wieder der grüne zu uns die karte macht das richtig wieder dieser saltoni oh mein ey die karte macht das richtig er kommt er kommt er kommt ja ich weiß hab ihn die karte macht das richtig die focus uns nicht ach das kann nicht sein echt nein ohne spaß hallo er hat überlebt können wir bitte nachjoin mal ausstellen echt ohne witz nein der hat uns nicht der hat nicht überlebt doch dann ein anderer der sich drauf hat dann ist er gerade runter geschossen dankeschön karte ich glaube dass du das hast ich glaube an dich boah ach da wenn das wenn das nice lol gegen dich saltoni aber eigentlich schon das hat ziemlich angekotzt ja ist da so er war es doch ja das stimmt echt das hat ein richtig angekotzt ja ich meine ist ja auch noch ich weiß ich dies bei grünen aber läuft okay das thema ist an der kotzt man muss doch nicht die ganze zeit komplett richtig ausrasten nur mit zwei menschen Leute rote raste da war echt voll aus ja ne ach jetzt kommt die gleiche schon ja karte gerade war es noch cool ne jetzt wird es aber langweilig ok das war zu is das ist du hast du gerade der rote handbogen torben wenn sie haben können wir wären da gewesen torben ok ja schade ja jetzt nicht mehr jetzt brauchst du auch nicht mehr ja bin ich doch nicht mach dir mal gerne es bei euch obwohl ich eine rüstung am kerfer habe eigentlich ne ja leute jetzt ich habe eine gute rüstung kauft 1er schwatter und licht in die kiste ja ja hier einfach in der 5 oder ok ich kauf nochmal ey es ist keiner in der mitte sehe ich das richtig so ähm kann sein kann sein kann sein ich bin ja nice dann haltet jetzt also vier gold schnell wegbringen ja haltet du bist gut oh die karte kommt schon wieder es sind nur zwei rote in der links roter kommt roter kommt roter kommt roter kommt ja gelber kommt auch ihr seid ziemlich gut ja na schön das wissen wir nein wir haben ja noch nicht mal gespielt wir konnten die ganze zeit nicht spielen wir konnten die ganze zeit nur fucking verteilen wir haben einfach nur ihm runtergehauen ja so ich hab 5 gold nice wer kommt ja meisenschwert von euch ach das ist ein roter nein bist du behindert ich hab mir umgekauft junge klar bin ich behindert nein auf die rüstung tobi ja ich hab tobi du willst nicht wissen wie viele leben ich hab ich überleb den sprung hier runter nicht der mann wie soll ich das machen bleib dem typ meiner mitte weg ne ich hab's probiert aber ich brauche noch für rüstung am besten ja die sollst du dir holen deswegen ok ich brauche noch 3 eisen für ein gutes schwert essen ist schon eine sache die manchmal ganz wichtig ist aber hab ich dann eigentlich auch nicht nötig dankeschön flo ich glaube noch 2 eisen einsatzschweller findet ihr in der kiste die braucht ihr nicht boah jetzt ist hier wieder der rote eskalierer ey hoffentlich kriegt die den wär ziemlich fresh muss ich sagen ja nein tot äscher wow mann ich wurde gecatcht ich komm nicht zum spielen diese runde das ist heftig ich komm auch nicht zum spielen weißt du wären diese scheißgrünen nicht da gewesen dann hätten wir schon längst die mitte geklärt das ist so jetzt weiß man so langsam mal warum diese großen youtuber das nick plugin so feiern naja wenn ja selbst schon wir hier hatten früheres werden tobi hast du genug alter ähm weißt du was wenn wir 5000 abonnenten haben und premium plus dann können wir uns ja auch nicken bei premium plus ja aber die alter der rote eskaliert voll aber die frage ist ähm ob man dann tobi hat ja jetzt zum beispiel diese die kate als freund und äh rot kommt rot kommt Hilfe ja lol du schaffst das doch du hast so einen bogen so is hier ich geb dir mal 2 gold ich hole den ok doch nicht weißt du was rot kotzt mich an ich baue mich jetzt irgendwie außen rum zogen ja ich brauche irgendeinen der aufgelb aufpassen ja ich bin dran ja das muss tor machen ja ich hab nichts ich muss mir erstmal was machen der renne einfach in die mitte ne ich bin in der mitte floh ja das kann ich noch weiter ich sag ja zum torm der soll da hinten rennen ja ich war ja gerade da die karte ist oben und rot kommt jetzt auch wieder ja ich bin sofort da ok ich komme pass auf die von hinten von hinten hab ich hab ich hab ich ok nice ich bin da äh ein gelber ist noch auf dem dach ich glaub der wartet nur darauf dass wir aus unserer base sind floh wenn ich sage jetzt dann musst du zurück zur base ich geb dir nochmal ein gold tobi ja hier ich geb dir neun gold ok ich bring ihn zurück pass auf oben auf dem dach ist einer soll der nen Herz mit seinem kanal ich weiß nicht blende mal die kanal oh 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 da kommt der gelber kommt ich hab ihm ein bisschen gepustet ja gar kein problem namens salton ja was willst du denn noch für werbung machen bitte also er ist ja wohl schlimmer als ich oder ja stimmt so ich schau mir jetzt mal seinen kanal kurz vor allem er kam es eben in den klaren rein und eskaliert einfach richtig ja jetzt lohnt es sich den anzuschauen salto äh ja den findet man erstmal gar nicht Moment äh filterkanal zwei gelber tobi unequipt aber mit stöckern einen hab ich ok und dann kommt noch die karte glaub ich ah ich hab glaub ich seinen kanal ja und von hinten roter voll equipt ich hab seinen kanal nicht mehr rot hab ich immerhin 11 abonnenten man kündet den kanal nicht tobi ich hol mir nen bogen ich komm ja das wäre von sofort jetzt gleich du hast gerade nur aufgehört zu reden muss ich mich da muss ich mir da irgendwie sauer machen vorteil du hast ja kein eisenschwert gekauft hoffentlich ne die kathy ist ja hier ja deswegen das meinte ich ja wie das meinst du sorry bei uns hab ich das nicht gesagt ne alter flo brauche nie so einen gefährlichen weg ohne uns bescheid zu sagen hab ich doch hey lol tobi bist du tot ja hab ich doch gesagt ich bin gerade gestorben what the fuck dann hat das einfach ich hab nichts gehört von all dem aber dass ich diesen weg baue schon ne ja klar aber na eben weil tobi das nicht mitbekommen schreibt der denn jetzt wieder trick 18 ja schleich junger was macht die karte denn da jetzt ich stehe da jetzt die ganze zeit in so einer drecksmauer ja ich mein ich hab ja den kanal schon mal angeschaut aber man kann ihn kaum finden also ich hoffe das war der richtige karte dc echt e wenn das der nicht wahl da war bei bei mir das war also nehme ich mal an dass der das war die karte kommt von oben und will mir auf den sacke ich kann gerade nicht werdet ihr damit fertig wo ist er ja wo ist er da oben die bauer die bauert die baut so viel scheiße krass da was krass da was ach ja jetzt muss eben die clouds aufmachen dann gehtst du nicht versehen diese runde macht mich richtig fertig er Ich hoffe die Roten. Da braucht man echtes Skill. Oh es sind nur noch 2 Roten. Die bringen mich einfach zum eskalieren. Wenn die ganze Zeit jemand zu uns läuft. Man hat gar keine Zeit für sich hier. Ich hab den Game gesehen. Die ist doch noch da, oder? Hier oben. Oh ne der Roten hat nicht mehr. Ja ich bau die mal runter. Der hat sich hoch gebaut. Oh hi Kati. Ich kann ja heute gehen. Kein Problem. Ich würde dann dem Flo helfen. Dann können wir Rot mal schnell machen. Ja der hat mich allerdings bemerkt. Ja ich weiß ich komme ja mit dem Bogen. Du könntest den aus der Mitte raustöten. Ja ich meine ich hatte nur Bronze Sachen dabei. Wo stand er denn? In seiner Base. In seiner Base. An seinem Village oder an der. Nein 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 nein. Ich hab mich verbaut. Ich hab mich hier sicher gebaut. Wo bist du jetzt bei meinem gebauten Weg oder wo? Ja. Braucht ihr einen Bauer Flo? Ich hab Lederhelme geholt. Ja das immer besser. Ach man. Sicherheit geht immer vor. So Andy Bandy Candy. Du wolltest zu uns gehen. Fand ich nicht gut. Was Andy Bandy Candy? Ja so heißt der. Oh mein Gott wie ich gerade nicht treffe. Das ist unglaublich. GG. Ähm. Ich treffe gerade ganz gut. Flore ich brauch dich. Ja ich bin noch schon da. Ich muss spawnen. Einfach nur ohne gesichert. Ja. Scheiß drauf. Beide im Bogen wahrscheinlich. Beide im Bogen wahrscheinlich. Sie schießen. Komm zurück. Ich bin down. Das kann nicht wahr sein. Oh shit. Haben wir noch Gold. Nein. Die Runde. Muss Gold vorhin Torben. Ja ich geb dir Deckung so gut ich kann. Ja oben sind zwei. Nice. Die haben die ganze Zeit das Gold nicht angesammelt. Ja der ist hinter dir. Hinter mir. Meinst du? Ich hol die Karte. Nicht mehr lange. Ja ich hab die Karte nicht bekommen shit. Okay ich muss zurück ran. Komm zurück. Ich geb dir Deckung. Alles perfekt. Keiner hinter dir. Nice. Hab elf Gold. Ehhhhhhhhh. Der von. Wow. Okay alles gut. So wir haben drei Bögen aber nur zwei Pfeiler. Äh ne. Da will mich einer Gold holen. Ah ne guck mal. Also wir haben jetzt noch zwei Bögen auf Reserve. Mit Pfeil. Leu. Wie viel Gold hattest du denn? Bitteschön. Crap. Ey meint der Noah Dingsbums jetzt mich oder was? Ich glaub ja weil du den Weg baust oder? Ja ja eben. Na ja ich wurde runter geschossen. Best. Gut. Hä oder meint er jetzt diesen Soil Toni? Ich bin verwirrt. That was close. Ach guck mal Bögen. Ah Mann. Ja der Ute ist runtergefallen. Cooler. Ja aber die haben beide Bögen. Süß. Also die meinen doch mich. Okay. Wieso? Ja ich hab so einen Bogen getroffen. Ja doch mal. Ja weil jetzt wo nur einer einen Bogen hat kann ich mich gleich weiter... Da hinter der Wand. Oh leu. Hi. Hi. Da oben steht die Katie die wird mich jetzt machen. Ja ich weiß. Boah Alter. Da sieht man den Rutsch durchstab. Boah ey. Was ist das für ne Wunde. Sie heißt gar nicht Katie. Sie heißt Kati. Kati? Wieso nicht Katie? Kati Katie. Das werden wir vermutlich nie erfahren. Oh leck. Leck leck leck. Rot hat nochmal Gold. Rot hat nochmal Gold Gold. 2 versus 2. Ja nice throw. Du bist da. Sneak. 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 Ich lenke die ab. Die haben dich nicht gesehen. Außer einer schießt grad auf dich. Das weiß ich nicht. Bist du. Und dass ich da bin ist mir auch bekannt. Warte noch. So der eine kauft jetzt kannst du. Hab noch einen runter geschossen. Tauben ich bräuchte dich hier. Endlich. Scheiß Arschlöcher mann. Hau den mit Bogen. Ding nicht. Mann alter. Torben? Ja ich bin wieder da. Alter du bist so ein Spastiner. Bin gerade wegen dir gestorben. Nein ohne Spaß. Ähm. Mein Bruder hat auf seinem Handy so eine Nachricht bekommen. Dass er von irgendwelchen. Also dass er so ein Virus von irgendwelchen Hackern hat. Aus China. Ja. Mhm. Ja. Keine Ahnung. Ich muss mich da gleich mal drum kümmern. Ja. Okay noch einen. Nice. Hab sie. Danke. Okay bitte. Ich will nochmal. Oh nein. Ich glaube Torben ist runter gefallen. Ich hab mich nur auf die konzentriert und dann werde ich von der Seite abgeschossen. Ich werde von hinten. Nein. Oh mein Gott. Torben ich brauche hier schnell einen der Gelb deckt. Oder einfach nur Gelb decken. Ja gut. Bogen habe ich nicht aber ich komme einfach. Ja. Zur Not könntest du auch mal den Weg zu Rot von uns aus decken. Dann kann ich hier in die Mitte toben. Geh mal zurück. Okay. Habt ihr das Bett von Rot bekommen ne? Ich hab das Bett geholt ja. Alter ich bin so gut wie doch. Ah die sind beide in der Base. Ja ich bewach Gelb Tobi. Okay. Ich hole mir mal Rot. Okay. Mach das. Du könntest von hinten wieder kommen Torben. Ja. Mach ich ja auch. Mach ich ja auch. Oh Gelb. Ah ne. Ich stoße immer von hinten zu. Hm. Die ist doch kurz oder? Das ist kurz. Sie hat auch noch mal den. Achso. Er hat uns ja nur gerusht und ist dann äh. Video Settings. Klaus. Ach hat der aufgenommen oder was? Meinte er ja. Such immer wieder diese Clouds. Wo sind die Clouds? Chiller. Ich sehe keine Clouds. Targeter. Torben ich bräuchte dir. Hast du ein Schwert? Ne. Hat der ja im Cross seine Aufnahme. Ich hab aber so einen Rückschussstab mit dem kann man auch viele erreichen. Ich hab den Außen fast. Danke. Ich hab den anderen. Okay ich geh jetzt. Stell dich doch perfekt für mich einmal hier hin bitte. Schade. Ja schade. Aber einen hab ich. Ist egal Tom ich bin da. Nice. Danke. Danke. Kein Ding. Is geht rekt. Oh er hat einen Eisenschwert. Oh er hat auch einen Eisenschwert. Oh er hat auch einen Eisenschwert. Wo ist denn die zweite gelbe die Karte? Is mein Freund. Moment. Ich mach jetzt den Bett Flo. So viel kann ich dir schon mal sagen. Ja wo ist die denn? Na gut das ist ne andere Frage ne. Hä ist die hier oben auf dem Gebäude weil hier wurde zu viel oben gebaut. Ne die ist bei uns. Die baut gerade unser Bett ab. Ja dann ist ja gut. Geht weg. Geht weg. Ist die jetzt ernst bei uns? Nein die ist bei denen. Bei Rot oder was? Auf jeden Fall liegen hier einfach 12 Gold in der Mitte. Aber die geb ich mal dem Tobi. Hä ich seh da aber ernst nicht nur ein. Ich hab mir gerade den besten Bogen gegönnt aber ich hab noch keinen Eisenschwert. Ja vielleicht ist die auch oben drauf. Ja ja wer weiß wo die ist ist doch scheiße. Ja lass mal ein bisschen vorwärts gehen. Ja die oder die haben sich hinten lang gebaut wer weiß. Ich hab am besten Bogen. Nein die steht da einfach. Ich hab's da. Lol was war das denn? Das war der Knockback des Todes also. Ach Moment. Das war der Knockback des Todes ohne Netz. Ja die ist da um mich in dem Moment tot gesprungen. Ja dann ist die 4 Milliarden Blöcke nach hinten geflogen. Warte aber lass mich eintöten sonst krieg ich Minus KD. Tobi lass ihn mir. Hä warum solltest du Minus KD kriegen? Ja wenn ich ne KD von 0 hab dann geht das in schlechte Richtung. Blauer Kopf. Alter kommt der selber an. Was? Das kommt der selber an. LP. Okay. Warte. Ich versteh nicht was du laberst. Aber okay. Leute wenn euch die Runde gefallen hat. Lasst eine positive Wertung da. Abonniert falls ihr Bock habt. Tobi hat noch seinen Standardspruch am Ende gebracht. Obwohl das wahrscheinlich nicht allzu viel gebracht hat. Doch der eine. Ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wie gesagt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Leute haut rein. Und. Ciao. Ciao. Ciao.